Ja, hallo und herzlich willkommen zu Call of Nut mit dreckigen Sound wie aus der Blechbüchse, Blechbüchse. Denn ich habe mein ganzes Equipment nicht hier. Ja, ich mache, ich arbeite ja jetzt woanders, bin ein bisschen umgezogen. Das war noch nicht ganz so richtig. Ich wohne jetzt in der Fernwohnung, da ich keine vernünftige Wohnung gefunden habe. Und deswegen hänge ich jetzt so ein bisschen mit Kack-Sound hier. Aber ich kann immer entzogen. Ja, dafür reicht das Internet hier gerade so. Mal sehen. Abschuss beschütigt, ich spiele nur jetzt. Erstmal gucken. Irgendwovon da kommen die Gegner. Sehr schön. Abschuss wurde verwehrt. Ist ja nicht nett. Ah, wieder von hinten, ey. Man, man, man. Ich habe gedacht, die Runde wird ein bisschen interessanter. Ich habe ihn angehettet. Sehr schön. Schöne Assist. Abschuss bestätigt. Dann hat einer einen EMP rausgehauen. Ich sehe nämlich nuschen mehr. Also Matt-mäßig. Jetzt ist sie wieder da. Ach, ein Dröhnchen. Das ist doch schön. Das sind irgendwie alle irgendwo da hinten. Oder da oben. Ich sehe hier fast gar keine. Die sind immer unten, denn mal oben. Jetzt ist er hinter mir. Ah, es ist doch zum Kotzen. Die Map ist nicht so meins, ja. Muss man ja mal sagen. Jetzt können wir auch bauen. Ich mag gar keine Map. Aber es gibt Maps, die nicht mehr. Ah, den hätte ich noch gekriegt. Aber dass da noch so ein Mongo rumhängen muss da. Mann, 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 Mann. Kellerkumpels hier. Na, jetzt kommen sie von dort. Klar, jetzt sitzen sie nicht mehr da drin. Jetzt sitzen sie nicht mehr da drin. Jetzt kriegen sie dort. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Da schimmelt einer von uns rum. Stirbt der nicht oder was? Kann nicht wahr sein. Jetzt kommen sie entweder von da oder von unten. Wahrscheinlich eher von unten. Keine Name mehr gehabt. Scheiße. Wie sieht's denn aus? Ich verkacke? Wie der Rest des Teams? Nee, da wollte ich nicht hin. Oh Mann, Leute. Ich seh halt euch. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Hm. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Alter. Ja, na sicher. Die sehen einen sofort hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Map ist aber echt speziell. Muss man sagen, ne? Ich glaub, die muss man auch mögen. Aber ich glaub, die hab ich bis jetzt wirklich nicht so offen gespielt. Ey. Gleich immer hinliegen, rumheulen. Abschuss bestätigt. Sehr schön. Es kann doch nicht wahr sein. Und ja, rennt er, rennt er, rennt er auf einmal sofort drauf. Ist ja nicht normal, oder was? Es ist ja schön. Ey. Was halten die denn aus heute? Es ist doch nicht normal. Es ist, es ist, gibt's heute im Angebot. Assists für alle. Den hab ich angetackert. Feindliche Fahrzeugdrohne kommt. Noch einer! Gibt's ja nicht. Feindliche Fahrzeugdrohne kommt. Nein! Ey, das sind immer so viele auf einmal. Das ist nicht normal. Jetzt kommt ne Predator, die geht mir jetzt erst mal nix an. Der hat noch nicht mal nen Kill gemacht damit. Vollmongo. Feindliche Fahrzeugdrohne kommt. Ja, ja. So ist er. Feindliche Aufklärungsdrohne gesiegt. Ah, von hinten wieder. Das gibt's doch nicht. Jede Kugel vorbei. Ja, wer war der? Komm mal noch ein Luftschluck raus. Oh, Mann. Wat ne Kackbinde. 8 zu 18. Nix gerissen. Ja, ich war auch noch der letzte Kill. Hier ist was los. Er wollte nicht sterben. Pissnäge. Naja, wir sehen uns das nächste Mal. Pissnäge. Pissnäge. Pissnäge.